Im Herbst bei Nickelodeon. Du zählst es niemandem. Du hast irgendwas vor, das weiß ich. Ein rätselhafter Fund. Finde Zimmer 13. Und du bist sicher, dass die Tür hier war? Ein verschwundenes Zimmer. Und der Beginn eines großen Abenteuers. Komm! Hotel 13, das wird die Zeit ihres Lebens. Zimmer 13? Das gibt es gar nicht. Okay, aber das nächste macht bitte nicht mehr so fest. Und, bereit? Das wird die Zeit ihres Lebens. Sechs Ferienjobber, ein Sommer im Hotel und ein Boss zum Umarmen. Wo nicht glatt ist, darf auch gelaufen werden. Das große Abenteuer beginnt. Ich bin auf die Suche nach Zimmer 13. Check ein. Ins Hotel 13. Hotel 13, die neue tägliche Serie. Start am 3. September. Nur bei Nickelodeon. Es wird spannend. Hotel 13, die neue Serie bei Nickelodeon. Behalte deinen Code. Komme wieder am 20. August und erfahre vor allen anderen, wie alles beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020